Ja, schönen guten Tag zusammen. Heute sehen wir uns zwar nicht, aber immerhin virtuell. Der Grund, warum ich heute und auch Donnerstag wahrscheinlich nicht bei Ihnen sein kann, ist, dass mein Vater zurzeit im Sterben liegt. Und ja, dementsprechend habe ich mir überlegt, dass sie trotzdem schon mal ohne mich weiterarbeiten sollen, denn sie müssen sich ja auch dementsprechend auf die Klausur vorbereiten. Und deswegen gebe ich Ihnen heute mal sozusagen per Fernwartung Input. Ich nehme das Ganze ein paar Tage vorher auf. Also heute ist Sonntag, heute ist Muttertag. Also wenn Sie nochmal in diesem Sinne Ihre Eltern in den Arm nehmen, wenn Sie sie sehen, tun Sie es, solange Sie es noch können. Ich habe Ihre E-Mails übrigens alle gelesen, die Sie mir geschrieben hatten zu den Schwierigkeiten mit Olat. Und mir ist das bewusst, dass das im Moment nicht funktioniert. Ich hatte leider keine Möglichkeit, das zu fixen. Dementsprechend würde ich Sie bitten, dann die Papierversion zu erledigen. Die Lösung lade ich dann jetzt auch am Dienstag hoch, dass Sie sich dann damit selber eigenständig kontrollieren können. Zur Grammatik. Ich wollte heute mit Ihnen schon mal etwas zu schwachen Verben machen. Vorab wollte ich Ihnen aber noch ein bisschen allgemein etwas über Morphologie erzählen. Morphologie, das kommt mal wieder aus dem Griechischen wie so viele Fachbegriffe. Und das kommt von Morphe, Gestalt. Also Morphen gibt es ja auch zum Beispiel im Englischen. Und Logos ist das Wort. Also die Morphologie befasst sich mit der inneren Struktur von Wörtern und der funktionstragenden Elemente einer Sprache. Und die Morphologie eines Verbs, damit wir uns in der Terminologie schon mal klar sind, wenn wir uns dann mit den Verben besprechen und die dementsprechend auseinander montieren werden, sieht wie folgt aus. Zum Beispiel habe ich Ihnen den Infinitiv von dem Verb geboren, hier an die Slides angeworfen. Da ist ge das Präfix, bor ist die Wurzel und en ist das Suffix. Also nur, dass wir die Begriffe schon mal parat haben, wenn wir sie dann brauchen. Soviel kurz zur Morphologie. Bei mittelhochdeutschen Verben gibt es, wie auch im Neuhochdeutschen natürlich, Tempusformen. Die wollen wir uns noch ein bisschen genauer anschauen. Es gibt vor allen Dingen synthetische und analytische Tempusformen. Der Unterschied besteht darin. Also synthetisch sind Verben, die nicht durch die Umschreibung mit anderen Verben gebildet werden. Also ein Verb reicht. Und analytisch ist eine Tempusform, die noch ein anderes Verb dazu braucht, um gebildet zu werden. Synthetische Tempusformen im Mittelhochdeutschen sind das Präsenz und das Präteritum. Analytische Tempusformen im Mittelhochdeutschen sind Futur und Perfekt, beziehungsweise auch Plusquamperfekt. Im Mittelhochdeutschen gibt es die Eigenheit, die viele Neuhochdeutsche Sprecher verwirrt, dass das Futur immer umschrieben wird. Und zwar mit den Verben sollen, sollen, wellen und müssen plus Infinitiv bildet das Mittelhochdeutsch das Futur, beziehungsweise umschreibt einen Zustand, den wir dann als Futur übersetzen. Und Perfekt oder Plusquamperfekt wird im Mittelhochdeutschen umschrieben mit Haben und Sehen und dazu kommt noch das Partizippräteritum. Zusätzlich ist es nochmal ungewohnt für uns, weil Präsenzformen im Mittelhochdeutschen auch eine Futurische Bedeutung haben können. Und Präteritalformen, also Normale, können auch Perfektivische oder Plusquamperfektivische Bedeutung haben. Das muss man dann beim Übersetzen je nach Kontext entscheiden. Genau. Also zum Beispiel die Präsenzformen beschreiben gegenwärtige und zeitlich unbestimmte Vorgänge. Ich habe mal ein paar Beispiele aus dem Reader noch mit angefügt. Gott gibt zu Königis, wenn er will. Also Gott macht zum König, wen immer er will. Das ist so ein Beispiel dafür. Aber es kann auch zukünftige Geschehnisse beschreiben. Zum Beispiel überleben wird Bi-Etzel so rechte lobbelig. Euer Leben mit Etzel wird sehr ruhmvoll werden. Also offensichtlich geht es hier um Krimhild, die zu Etzel fahren soll und ihn heiraten soll. Das kennen wir ja aus unserem Nibelungenlied. Dann gibt es noch die Präteritalformen. Die sehen im Neuhochdeutschen wie folgt aus. Im Perfekt, ich sah. Perfekt, ich habe gesehen. Also auch analytisch gebildet. Und Plusquamperfekt, ich hatte gesehen. Mittelhochdeutsche Präteritalformen können aber jeden in der Vergangenheit liegenden Vorgang bezeichnen. Perfekt und Plusquamperfekt werden, wie gesagt, durch Hilfswerden, Haben und Sehen plus Partizip umschrieben. Im Imperfekt sieht das dann so aus. Sie ward ein schöner Wieb. Also auch wieder, es geht um Krimhild. Sie wurde eine schöne Frau. Das Perfekt sieht so aus. Ich entkam nie her durch euer, Entschuldigung, durch Überlaid. Ich entkam nie her durch Überlaid. Ich bin nicht hierher gekommen, um euch Leid zuzufügen. Also das übersetzen sie dann im Neuhochdeutschen zum Beispiel hier Perfektivisch. Plusquamperfekt. Als der König Gunther die Rede folgesbrach, Hagene der Kürne den guten Rüdigeren sach. Als König Gunther die Rede ganz zu Ende geführt hatte, erkannte der tapfere Hagen den edlen Rüdiger. Also da haben wir dann im Neuhochdeutschen hier das Plusquamperfekt mit hatte. Das können wir dann in der Praxis sehen, wann das angebracht ist oder nicht. Also wie gesagt, welche Form man dann letztendlich wählt, hängt auch immer davon ab, in welchem Verhältnis das Ereignis zu dem steht, was gerade zeitlich so passiert. Das üben wir aber noch an. Nur, dass sie schon mal Bescheid wissen, dass man da die Augen auch ein bisschen öffnen sollte. So, kommen wir jetzt zu den Verben. Es gibt im Mittelhochdeutschen drei Verbgruppen. Das sind die schwachen Verben, die starken Verben und die anomalen Verben, also die weder stark noch schwach sind oder Mischformen aufweisen. Damit beschäftigen wir uns dann in der übernächsten Sitzung. Starke Verben sind nächste Sitzung dran und heute geht es hauptsächlich um die schwachen Verben. Schwache und starke Verben kann man eigentlich sehr einfach unterscheiden. Schwache Verben bilden ihr Präteritum durch ein sogenanntes Dental-Suffix. Also sie erinnern sich, Suffix in der morphologischen Aufstellung ist das Teil hinten am Wort, also der letzte Partikel sozusagen. Wenn sie zum Beispiel das Verb Leben haben im Infinitiv und bilden dann aber die Präteritalform davon, Erlebete, also Erlebte heißt es im Neuhochdeutschen dann, dann sehen sie, dass das Präteritum hier durch das TE gebildet wird. Das ist das sogenannte Dental-Suffix. Also es verändert sich nicht der Wurzelvokal, sondern das Ganze läuft über dieses Dental-Suffix am Ende. Bei starken Verben ist das genau umgekehrt. Da verändert sich der Wurzelvokal und schwache Verben machen das mit dem Dental-Suffix. Starke Verben bilden ihr Präteritum durch den Ablaut, den wir ja auch schon kennengelernt haben in der letzten Sitzung. Zum Beispiel beim Verb Helfen im Infinitiv heißt es aber im Präteritum Erhalf. Also da haben sie dann das E zu einem A, das lautet ab und dadurch wissen wir, dieses Verb beschreibt einen vergangenen Zustand. Schauen wir uns mal an, wie sich die schwachen Verben konjugieren. Sie erinnern sich, Konjugation bedeutet die grammatische Beugung von Verben, wohingegen Flexion allgemeiner Wörter beschreibt, die man dann beugt oder flektiert in dem Fall. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Also eigentlich ist es relativ ähnlich wie im Neuhochdeutschen. Es gibt nur ein paar kleine Unterschiede, auf die man vielleicht achten sollte. Zum Beispiel haben sie das jetzt bei dem Verben Lieben, Größen, Hören, Zellen, Dirnen, Wirken und Denken hier mal einfach aufgeführt exemplarisch, wie die konjugiert werden und Sie sehen auch schon, dass es da einige Stellen gibt, die unterstrichen sind. Zum Beispiel in der dritten Person Plural heißt es nicht zum Beispiel bei Lieben Sie lieben, wie wir es im Neuhochdeutschen sagen würden, sondern Sie liebend im Mittelhochdeutschen. Also da endet das Ganze noch mit einem NT. Ansonsten ist das eigentlich relativ ähnlich wie im Neuhochdeutschen. Ich liebe, du liebest, er, sie, es, liebend, wir lieben, ihr liebend, aber sie liebend. Das gilt auch für die anderen Formen dementsprechend. Also da ein bisschen Auge drauf haben. Im Indikativ-Präteritum ähnlich. Also das macht das dann sozusagen, Sie sehen hier bei allen Spalten dieses Dental-Suffix, bei dem ich gerade schon war, wie da das angehängt wird. Also ich liebete, ich gruste, ich horte und so weiter. Achten Sie drauf, da kann das passieren, was ich Ihnen versucht habe anhand von Jean-Luc Picard letzte Stunde nahe zu bringen, dass nämlich das Dental-Suffix assimiliert wird. Also dass es sich an seine lautliche Umgebung angleicht. Wir haben da zum Beispiel bei dirnen in den Formen ich dirnde, du dirndest und im Plural dann wir dirnden und nicht wir dirnden mit T, also wie wir es heute sagen würden, wir dienten. Da findet diese sogenannte Linisierung statt, wenn das Dental-Suffix TE auf einen Sonanten trifft, in dem Fall hier das N, dann gleicht sich das an, es wird zu einem D, es wird auch stimmhaft. Das müssten Sie dann als Besonderheit auch vermerken, wenn Sie das Verb bestimmen. Wie genau das läuft, schauen wir uns gleich nochmal an. Im Konjunktiv Präsens ist alles normal. Das ist ein Problem, weil wir dadurch den Indikativ nicht von dem Konjunktiv unterscheiden können, weil es eigentlich exakt so aussieht, wie das Präsens mit Ausnahme von der dritten Person Plural, die wir gerade schon kurz gesehen haben, die das im Unterschied zum Neurochdeutschen mit NT am Ende bildet. Im Konjunktiv aber eben nicht. Im Konjunktiv heißt es ganz normal, wir lieben, wir grüßen und so weiter und nicht wir liebend und wir grüßend. Also daran kann man Konjunktiv und Präsens unterscheiden. Dasselbe gilt für Indikativ und Konjunktiv Präteritum. Da ist es auch exakt das Gleiche. Es ist meist, es ist in ganz wenigen Ausnahmen, es ist nicht identisch, aber man kann sagen, Indikativ und Konjunktiv Präteritum sind bei schwachen Verben identisch. Da muss man auch wieder nach Kontext unterscheiden. Also wenn zum Beispiel die Umgebung bei der Übersetzung auch konjunktivisch angehaucht ist, dann kann man dann überlegen, ob man das auch im Konjunktiv übersetzt. Mit dem Konjunktiv haben wir nochmal eine Sitzung langen Spaß, da haben wir noch zu tun. Das besprechen wir dann, wenn es soweit ist, aber nur, dass Sie schon mal Bescheid wissen, dass es hier ein bisschen tricky werden kann. Sie erinnern sich an unsere sprachgeschichtliche Exkursion Indogermanisch, Germanisch, Deutsch. Bei den schwachen Verben ist es sprachgeschichtlich interessant zu wissen, dass es sogenannte sekundäre Verben sind. Das heißt, die sind nicht im Indogermanischen entstanden, sondern wurden erst im Germanischen gebildet, also wesentlich später. Das heißt, dass die meistens sich von einem anderen starken Primärverb, also von einem Verb, das zuerst da war, ableiten. Das kann dann zum Beispiel ein Nomen oder ein Adjektiv sein. Und deswegen heißen die auch Kausativer. Das sind, also kennen Sie vielleicht Kausal als Ausdruck schon. Das sind Verben des Bewirkens. Also wenn Sie zum Beispiel im Althochdeutschen das Adjektiv Heil haben und das Präteritum davon lautet Heilte. Da wird dann spekuliert, dass das eventuell ein Überrest der Präteritalform Touren ist, also Machen, Tun, Heil, Touren sozusagen. Also man macht, dass jemand heil wird. Also das hat es mit den schwachen Verben auf sich. Und so kann man dann eventuell auch dieses Dental-Suffix TE erklären. Also das waren mal starke Verben, die aber abgeleitet wurden und dann Verben des Bewirkens geworden sind. Also sind die schwachen Verben jünger als die starken Verben. Im Althochdeutschen gab es noch mehr Stammklassen von schwachen Verben als im Mittelhochdeutschen. Im Infinitiv sind das die sogenannten Jan-, On- und En-Verben. Ich hatte Ihnen ja schon mal erklärt von wegen, von mit den volltonigen Silben noch im Althochdeutschen. Das Beispiel mit Hildebrandts Lied und so weiter. Das sieht dann in etwa so aus. Im Germanischen heißt es Satjana. Im Althochdeutschen dann Setzen. Im Mittelhochdeutschen wird es auch zu Setzen. Althochdeutsch Lobon mit langem O wird im Mittelhochdeutschen zu Lobben. Althochdeutsch Leben, auch wieder mit langem E, wird im Mittelhochdeutschen zu Lebben. Also das wird alles verkürzt. Und das kann man im Mittelhochdeutschen auch nicht mehr auseinanderhalten, welches schwache Verb zu welcher Stammklasse gehört hat, weil nämlich diese sogenannte Endsilbenabschwächung stattfindet. Also diese volltonigen Endsilben mit Jan-, On- und En sind im Mittelhochdeutschen zu einem einheitlichen N zusammengefallen. Das kann man wie gesagt heute nicht mehr nachvollziehen, aber für uns ist das wichtig zu wissen, weil das Auswirkungen auf die Verbform im Mittelhochdeutschen hat. Wir schauen uns nochmal an, wie genau das passiert. Wir hatten in der letzten Sitzung den Umlaut kennengelernt. Nochmal kurz zur Wiederholung. Ein Umlaut, das bezeichnet Vokalveränderungen bei Wörtern, in denen in Althochdeutscher und Mittelhochdeutscher Zeit ein umlautfähiger Vokal mit einem unbetonten I oder J in der Folgesilbe zusammentrafen. Unser Beispiel war da im Althochdeutschen Gast, was im Plural Gasti heißt und das dann sozusagen das A zu einem E umlautet und heute haben wir in der Pluralform im Neuhochdeutschen auch noch Gäste. Und es gibt da ein Phänomen, das nennt sich der sogenannte Rückumlaut. Das tritt bei schwachen Verben auf. Zum Beispiel, es gibt Verbformen, der Infinitiv ist küssen, aber das Präteritum heißt erkuste. Also nicht erküste, sondern erkuste. Dann haben wir zum Beispiel Vähnen, also Glauben heißt das im Mittelhochdeutschen, hat aber als Präteritalform nicht Erwähnte, wie wir das heute so im Neuhochdeutschen angeglichen haben, sondern es heißt noch Erwarnte, mit einem langen A, nicht mit einem Ä. Oder auch Hören, Erhorte, kein Ö, sondern ein langes O. Wie kommt das jetzt dazu? Also Sie sehen, die Form ist im Präsens umgelautet, da haben wir einen Umlaut, so Ü, Ä oder Ö, aber nicht in der Präteritalform. Also Kuste, Warnte, Horte. Warum jetzt genau? Das waren nämlich früher, und da kommt das jetzt zum Einsatz, langwurzelige Jahn-Verben. Und diese Enzelsbejahn bewirkt im Präsens und im Infinitiv einen kombinatorischen Lautwandel des Umlauts. Aber nicht im Präteritum. Das hat damit zu tun, dass aus lautgeschichtlichen Gründen das J vor Eintritt des Umlauts im Germanischen oder im Althochdeutschen schon wieder weg war. Also das ist eigentlich dasselbe Phänomen, kombinatorischer Lautwandel, aber eben nur in einer gewissen Form des Verbs. Dementsprechend muss man da natürlich aufpassen, wenn man zum Beispiel dann liest, er kuste und denkt, ja gut, es muss jetzt aber ein Verb geben, dass, wenn ich das TE wegnehme und mir irgendwie den Infinitiv zurechtwurschle, dass es dann heißt, er kuste und der Infinitiv heißt kussen. Das werden Sie im Wörterbuch dann beim Nachschlagen nicht finden, es sei denn, es ist ein gutes Wörterbuch, was dann auf die Form küssen verweist. Ebenso bei den anderen Formen, da muss man ein bisschen informiert sein, einfach damit man das dann noch lämatisieren kann. Also nochmal, der sogenannte Rückumlaut hat umgelautete, neben nicht umgelauteten Stammvokalen im Präsens und Präteritumformen von schwachen Verben. Ein klassisches Beispiel dafür ist immer Brennen. Im Präteritum heißt es, es brannte. Da haben Sie das. Im Infinitiv heißt es Brennen, da ist es umgelautet. Im Präsens heißt es, es brennt. Da ist es auch umgelautet. Präteritum hat aber die Form, es brannte. Und hier tritt das Phänomen ein, was wir einen sogenannten Rückumlaut nennen. Die Form ist nicht umgelautet. Hinzu kommt noch komplizierterweise, dass die Bezeichnung Rückumlaut eigentlich falsch ist. Das geht auf Jakob Grimm zurück. Den kennt man vielleicht noch von den Hausmärchen mit seinem Bruder Wilhelm zusammen. Auch ein Germanist der ersten Stunde, als das Fach im Entstehen begriffen war. Der dachte damals, es wäre ein Rückumlaut. Aber technisch gesehen ist die Bezeichnung eigentlich falsch. Deswegen heißt es aber heute leider noch so, es ist noch niemandem was Besseres eingefallen. Ein weiteres Phänomen, was bei schwachen Verben auftritt, ist der sogenannte Nasalschwurz mit Ersatzdehnung. Tritt bei schwachen Verben ein Primärberührungseffekt aufgrund der Laute G, K oder C, H ein und steht davor ein N, entfällt dieses N und hinterlässt eine Ersatzdehnung des vorangehenden Vokals. Also, Sie wissen, Nasal sind laute Sonanten so N. Primärberührungseffekt hatten wir auch schon. Und wenn das jetzt zum Beispiel im mittelhochdeutschen Infinitiv das Verb Denken heißt, haben Sie aber als Präteritalform davon Ich dachte und wenn es zum Beispiel Dünken heißt, im Infinitiv haben Sie in der Präteritalform Ich duchte Partizip dann dementsprechend gedacht oder geducht. Also, Primärberührungseffekt Nochmal kurz zur Wiederholung Findet statt bei Denken Wir hatten ja die Regel Im mittelhochdeutschen alternieren K, G und C, H mit H und C, H vor T Also, hier haben Sie dieses Phänomen Denken wird dann sozusagen zu Denchte Primärberührungseffekt Primärberührungseffekt Und das N fällt auch noch weg Und dehnt den Vokal Dementsprechend ist es dann auch Ein langer Vokal Also, das ist dieser Nasalschwund mit Ersatzdehnung Und der dann zusätzlich auch noch mit dem Primärberührungseffekt eintritt Hinzu kommt noch dann natürlich Dass wir das bei schwachen Verben eben relativ häufig haben Durch dieses Dental-Suffix TE Können Sie sich denken Immer wenn das auf einen anderen Konsonanten Der dann von diesem Primärberührungseffekt betroffen ist Dann clasht das Dann verändert sich das dementsprechend von K, G, C Zu H vor T Oder C vor T Und bei P, B und P, F Alterniert das mit F vor T Also, warum brauchen Sie das eigentlich? Sie brauchen das, damit Sie die Verben finden Damit Sie wissen können, was die Verben heißen Damit Sie das richtig übersetzen können Wenn Sie das im Wörterbuch nachschlagen wollen Werden Sie bei einigen von diesen Formen Wenn Sie sie im konjugierten Zustand Inklusive all dieser Phänomene rückumlaut Primärberührungseffekt und so weiter Dann sehen Werden Sie wahrscheinlich nicht auf die richtige Grundform kommen Also nicht den Infinitiv finden Sie müssen das Ganze aber lemmatisieren So, was heißt lemmatisieren? Lemma, das ist ein Begriff aus der Lexikografie Das heißt Stichwort Also ein Eintrag im Wörterbuch ist ein Lemma Wenn Sie jetzt so ein schwaches Verb haben Dann ist es immer sehr schön, wenn das schwache Verb schon im Präteritum steht Dann haben Sie nämlich dieses TE Wenn da ein TE steht, ist es höchstwahrscheinlich ein schwaches Verb Dann montieren Sie dieses TE-Suffix Und können mal probieren, mit dieser montierten Form dann den Infinitiv zu suchen Also Sie hängen statt TE einfach ein EN an und gucken, was passiert Kalkulieren Sie aber ein, dass Sie dabei eventuell einen sogenannten Rückumlaut haben können Dass sowohl ein Nasalschwund mit Ersatzdehnung stattgefunden hat Oder es könnte auch ein Primärberührungseffekt eingetreten sein Eben unter anderem durch dieses TE Also probieren Sie mal ein bisschen rum Mit den Vokalen und Konsonanten Wenn Sie es nicht direkt finden In der Regel kommt man dann schnell drauf Und bei einigen Fällen, also so häufig sind die dann auch nicht Wie zum Beispiel Denken und Dachte Das kann man sich auch aus dem Neuhochdeutschen noch herleiten Das kriegt man dann relativ schnell drauf Jetzt geht es dann eigentlich darum Was wir die nächsten Sitzungen auch einüben werden Was auch ein kleiner Teil in der Klausur sein wird Ist, dass Sie diese Verben bestimmen können Also sowohl schwache als auch starke Als auch anormale Verben werden nach einem bestimmten Raster bestimmt Und das sieht dann so aus Also Sie haben Person, Numeros, Tempos, den Modus eventuell noch Den Infinitiv natürlich Und dann müssen Sie das Ganze einer Gruppe zuordnen Also starkes Verb, schwaches Verb, anormales Verb Bei den starken Verben kommt dann die Ablautreihe noch dazu Das machen wir dann nächste Sitzung Und Sie notieren, welche Besonderheiten Sie in der Form, die Sie bestimmen müssen, vorfinden Also da müssten dann die Sachen hin, die wir gerade besprochen haben Liegt ein Nasalschwund mit Ersatzdehnung vor Liegt ein Primärberührungseffekt vor Und so weiter Also das kommt dann am Ende der Verbbestimmung Und ich möchte gerne, dass Sie das auch selbstständig üben Finja und Carsten begleiten das noch ein bisschen Wir können dann uns anschauen, wie man eigentlich so ein schwaches Verb bestimmt Ich habe Ihnen ein Arbeitsblatt bei Agora hochgeladen Zu den schwachen Verben Da können Sie dann mal testen, ob Sie das verstanden haben An bestimmten Punkten wird es nochmal knifflig Aber wie gesagt, wenn man einmal sich darauf einstellt Dass man so ein Phänomen vielleicht finden kann Das sind dann natürlich auch nicht alles einfache Sondern eben die kniffligeren Fälle Damit Sie das mal durchexerziert sehen Das können Sie dann selbstständig erarbeiten Oder eben im Tutorium nochmal durchsprechen Lesen Sie sich bitte im Reader nochmal das Kapitel Zu den Verben durch Diesmal speziell zu den starren Verben Sie lesen weiter Das Nibelungenlied auf Neuhochdeutsch Und bereiten bitte Zur nächsten Sitzung dann auch noch Die Strophe, also Mittelhochdeutsch Dann vor Die sich mit Siegfried beschäftigen Das steht auch im Seminarplan Und Siegfrieds Vergangenheit Das sind die Strophen 86 bis 101 Gut, ich hoffe Ich habe ein bisschen Ferninput geben können Wenn Sie die Übungen machen Und zu den schwachen Verben Jetzt noch ein paar Ja, sich an dem Raster mal ausprobieren Und das dann in den Übungen Dementsprechend fortsetzen Dann machen wir nächste Woche Die starke Verben Ich hoffe, ich konnte noch ein bisschen Ferninput geben Dass Sie erstmal weiterarbeiten können Es tut mir natürlich leid Dass im Moment so viele Sitzungen ausfallen müssen Aber that's life Manchmal geht es halt nicht anders Ja, Lecture2Go ist vielleicht auch spannend Wenn man sich nochmal auf die Klausur vorbereitet Können Sie sich das nochmal das Ganze angucken Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall Erstmal viel Erfolg mit den schwachen Verben Und dann sehen wir uns am nächsten Dienstag Wieder mit den Stärken Tschüss